Während die frische Herbstluft sich langsam ausbreitet, treibt das Entwicklerteam von Star Citizen die Arbeit weiter voran und bringt die weite Ausdehnung des Weltraums immer näher an unsere Keyboard-Tastaturen. Dieser September war laut dem Monatsbericht von CIG, den wir uns in diesem Video einmal überblicksweise angucken, geprägt von reger Aktivität an allen Fronten. Von KI-Fortschritten bis hin zum Community-Engagement und zeichnet das Bild eines Universums am Rande seiner wohl wichtigsten Expansion hin zu Alpha 4.0 und dem Pyro-System. Im Bereich der KI und dem narrativen Design wurde dahingehend gearbeitet, als dass die Entwickler Spawn-Daten und Markups für Außenposten und Raumstationen des Pyro-Systems eingerichtet haben, um ein noch immersiveres Erlebnis zu bieten. Außerdem kooperierte das Team eng mit dem Level-Design-Team, um korrekte NPC-Spawns sicherzustellen. Die Markierung von Standorten in Stanton wurde ebenfalls nach Gesprächen mit dem Missionsteam aktualisiert. Ein Highlight ist die Implementierung dynamischer Gespräche in Bars, die den Realismus im Spiel erheblich steigern sollen. Zukünftige Pläne umfassen die Erweiterung dieser Technologie auf andere Landezonen und zukünftige Inhalte. Das KI-Features-Team konzentrierte sich darauf, die Features, die Funktionen betreffend des menschlichen Kampfes für die bevorstehende Veröffentlichung von Alpha 4.0 zu finalisieren. Dazu gehören die Verfeinerung der Erstreaktionen, Munitionsmanagement und Taktiken. Ziel ist es, eine konsistente Funktionalität in verschiedenen Situationen und Umgebungen zu gewährleisten, um das Gameplay flüssiger und herausfordernder zu gestalten. Im Bereich der KI-Technik lag der Fokus auf dem Server-Meshing. Hierbei wurde an der Synchronisation von KI-Systemen während Serverübergängen gearbeitet. Dies beinhaltete Leistungsverbesserungen und Fortschritte bei bevorstehenden Funktionen wie der Synchronisierung von Bewegungssystemkomponenten. Beispielsweise wurde die Aktualisierungsfrequenz basierend auf dem Level of Detail der KI-Charaktere angepasst, sodass nähere Entitäten reaktionsschneller sind. Zudem wurden die Sicht- und Wahrnehmungskomponenten der KI verbessert, um eine schnellere und realistischere Reaktion auf Spieleraktionen zu ermöglichen. Auch die KI-Schiffsverstärkungsfunktionalität erhielt ein Update, das Unterstützung für planetare Navigationskostenvolumen umfasst. In der Welt der Spielentwicklung, besonders in Open-World- und Weltraumspielen wie Star Citizen, begegnet man immer wieder innovativen Konzepten, die das Spielerlebnis verbessern. Einer dieser Konzepte ist das Planetary Navigation Cost Volume. Aber was genau steckt eigentlich dahinter? Lasst uns einen genaueren Blick darauf werfen. Planetary Navigation Cost Volumes sind dreidimensionale Bereiche, Volumen innerhalb der Spielwelt, die bestimmte Eigenschaften und Parameter aufweisen, die für die Navigation wichtig sind. Diese Volumen helfen dabei, die Bewegungs- und Navigationskosten für KI-gesteuerte Schiffe und möglicherweise auch für Spieler festzulegen. Die Navigationskosten in diesen Volumen basieren auf verschiedenen Faktoren. Der Entfernung zum Beispiel, das heißt, wie weit muss das Schiff durch dieses Volumen reisen. Das Terrain, ist das Gebiet gebirgig, flach oder bewaldet? Gibt es Hindernisse, Bäume, Gebäude oder andere Objekte, die die Bewegung erschweren? Umgebungsbedingungen wie Wetterbedingungen, wie starker Wind oder Nebel können natürlich die Navigation ebenfalls beeinflussen. Diese Faktoren gibt es für Fahrzeuge und für Raumschiffe. Auf Basis der sich ergebenden Kosten, der kumulativen Werte innerhalb dieser Volumina, errechnet dann die KI die effizienteste Reiseroute durch dieses Volumen, sei es jetzt auf der Oberfläche eines Planeten oder eben in der Luft. Die Implementierung dieser Volumen bringt mehrere Vorteile mit sich. Die KI-Schiffe können jetzt besser auf unterschiedliche Umgebungen reagieren. Beispielsweise könnte ein Schiff, das sich in der Nähe von Bergen befindet, höhere Navigationskosten haben, was die KI dazu veranlasst, alternative Routen zu wählen, zum Beispiel um die Berge herum zu navigieren. Es führt insgesamt zu einem Eindruck eines dynamischeren oder einer dynamischeren Spielwelt mit herausfordernderem Gameplay. Spieler erleben quasi eine realistischere Interaktion mit der Spielwelt, was das Gefühl von Immersion und Herausforderung steigert. Insgesamt ermöglichen Planetary Navigation Cost Volumes, ein tolles Wort, eine differenzierte und realistische Navigation von KI-gesteuerten Schiffen in Star Citizen, indem sie die spezifischen Bedingungen und Herausforderungen der planetaren Umgebung berücksichtigen. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der Schaffung eines realistischen und immersiven Spielerlebnisses, das sowohl für die KI als auch für die Spieler von Vorteil ist. Und damit gehen wir weiter in den PU Monthly Report. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt es noch ein Game Intelligence Entwicklungsteam, also ein KI-Entwicklungsteam, was sich mit der Spielintelligenz beschäftigt. Und das konzentrierte sich auf die bevorstehende Veröffentlichung von Starscript 1.0. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, einschließlich der Einführung einer Zoom-Funktionalität und einer verbesserten Textsichtbarkeit. Weitere Optimierungen umfassen eine schnellere Suchgeschwindigkeit des Haupt-Smart-Browsers und Verbesserungen in der Darstellung der Graphenansicht, die den Spielern helfen soll, ihre Entscheidungen effektiver zu treffen und das Spiel besser zu verstehen. Das Apollo Starscript-System, das haben wir im Monatsbericht Juno 2024 kennengelernt. Laut den Ausführungen von CRG handelt es sich dabei um ein intern entwickeltes Tool, das vom Entwicklungsteam für Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit verwendet wird. Es verbessert die Klarheit von visuellen Elementen wie Symbolen und Linien und verfeinert die Drag-and-Drop-Funktionalität, um die Interaktion mit der Benutzeroberfläche zu verbessern. Dieses Tool sei von entscheidender Bedeutung für die Optimierung sowohl interner Entwicklungsprozesse als auch potenzieller benutzerorientierter Systeme im Spiel, wurde uns erklärt. Und hier in dem Monatsbericht gibt es zwei Screenshots, die mehr oder minder eigentlich nichtssagend sind. Ich blende die euch hier kurz ein. Ja, das Animationsteam hat sich mit dem Argo ATLS beschäftigt, im Allgemeinen Atlas genannt. Obwohl es eigentlich ja nicht Atlas heißt, aber auch ich sage es ganz gerne, weil ich den Namen einfach lustig finde. Ja, darüber hinaus wurden auch zusätzliche Arbeiten an anderen Kreaturen wie dem Kopien durchgeführt und es wird weiter an den nächsten Iterationen der Fauna gearbeitet. Ja, das Team für die Charaktere- und Schiffskunst, also die Art-Teams, die berichteten im Rahmen dieses PU-Monthly Reports über Fortschritte bei der Entwicklung von Utility- und Specialist-Rüstungen sowie neuer Köpfe für den Character-Customizer. Sie arbeiteten außerdem an Inhalten für die diesjährige IAE, also das Hauptverkaufsevent im November, die Intergalactic Aerospace Expo. Im Schiffsbereich befindet sich das Vehicle-Content-Team in der Endphase der Entwicklung mehrerer Schiffe, darunter natürlich die heiß erwartete RSI Polaris und Vorbereitungen für eine neue Serie von Raumschiffen und Fahrzeugen wurden natürlich ebenfalls getroffen. Viel zu berichten hat in diesem Monat wieder das Core-Gameplay-Team, insbesondere im Hinblick auf den Argo ATLS Atlas. Es ist der erste Exosuit im Spiel und natürlich dann auch im Hinblick auf den Einsatz die weitere Iteration hin zu einem Kampfanzug, Kampfexoskelett, was ja auch über die Kickstarter-Ziele entsprechend definiert ist und wo sich ein Teil der Community drauf freut. Die Hauptpunkte im Core-Gameplay lagen in dem letzten Monat also, ja, auf dem Traktorstrahlverhalten des Atlas, das kontinuierlich verbessert werden soll. Die Entwickler freuen sich über die kreativen Videos, die die Spieler mit dem Atlas erstellt haben. Dann haben sie bezüglich des Lade- und Entladesystems Verbesserungen der Verbindungen zwischen dem Multitool und den Ressourcenbehältern entwickelt, sodass sie korrekt mit verschiedenen Zielobjekten umgehen. Es wurde auch die Unterstützung für Missionsänderungen basierend auf der Belegung von Ressourcenbehältern fortgesetzt. Fortschritte gab es auch bei der Visualisierung von Nässe und der Iteration von Degradationsprozessen, also schlicht der Verwesung von Pflanzenmaterial. Ja, dann wurde natürlich an den Sprungpunkten gearbeitet, hier an den Tunnelwänden, den dort herrschenden Kräften. Es ging um Werte für die Eröffnung und Durchquerung von Sprungpunkten, um das Steuerungsverhalten. Die Sprungantriebe wurden weiterentwickelt, die benutzen jetzt Quantentreibstoff, Quantumfuel im Tunnel, wobei der Treibstoffbedarf je Sprung variiert. Ja, dann haben sie am Resource Network gearbeitet, haben hier Fehler bearbeitet im Zusammenhang mit gelöschten Entitäten, die nicht korrekt aus dem Netzwerk entfernt wurden. Das umfasste auch die Behebung von Problemen, bei denen Artikel mit minimalen Energieanforderungen nicht korrekt zugewiesen wurden. Mit Radar und Scanning haben sie sich beschäftigt. Hier haben sie Fortschritte bei den Delta-Signaturen erreicht und ein Radar-Jammer-System implementiert. FPS, Radar- und Scanning-Erlebnisse wurden durch umfassende Tests verbessert. Dann haben sie das Missionssystem weiterentwickelt. Hier haben sie die Missions-Services abgeschlossen, die Implementierung und haben die medizinischen und die Rettungs-Service-Beacons implementiert, inklusive der Möglichkeit, mehrere dieser Verträge, also dieser Beacons, zu erstellen. Ja, und nicht zuletzt das Fracht-Gameplay. Hier haben sie sich bei den Hangars mit Performance-Verbesserungen beschäftigt und der Wiederherstellung nach Serverabstürzen, sowie die Fracht-Features in Alpha 3.2 weiter evaluiert, entwickelt und implementiert. Soweit zum Core-Gameplay-Team. Weiter geht's zum Missions-Design-Team. Hier wurden auch umfassende Fortschritte erzielt, ganz klar. Hier haben sie sich das Blockade-Runner-Event zur Brust genommen. Das wurde überprüft und Optimierungen an Fracht-Transport-Missionen vorgenommen und Probleme behoben, die das Beladen von Schiffen mit Fracht verhinderte. Die Überarbeitung des Missionssystems wurde fortgesetzt und umfasst über 1700 Missionsdatensätze allein für Stenten. Ein Teil der Überarbeitung besteht darin, die Inhaltseinrichtungen im Backend zu optimieren, damit die Entwickler künftig nicht mehr so viele Datensätze verwalten müssen. Insgesamt zielt die Überarbeitung darauf ab, die Erstellung von Inhalten zu straffen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Im Bereich der Online-Technologie und der Benutzeroberfläche arbeiteten die Teams an Funktionen für Alpha 4.0, einschließlich aktualisierter Missions- und Markierungssysteme Verbesserungen. In der Benutzeroberfläche umfassend die Überarbeitung der Fahrzeug-HUDs, also Head-Up-Displays und MFDs, die werden ja auch komplett überarbeitet für jeden Hersteller, sowie die Optimierung der Multitool-Benutzeroberfläche, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Den ganzen September über bereitete das Netzwerkteam die Einführung von Server-Mashing im PU vor. Sie unterstützten außerdem die verschiedenen Gameplay-Teams, indem sie dabei halfen, deren Features, Funktionen, Server-Mashing bereit zu machen. Und zuletzt haben wir das VFX-Team. Das hat sich natürlich weiterhin mit den Sprungpunkten beschäftigt, einem der Kern-Features ab Alpha 4.0 und unterstützte dann auch die Fahrzeug-, Raumschiff-, Waffen- und Standort-Teams mit neuen Effekten. Dazu gehören natürlich die Effekte für den Argo-Atlas und die RSI-Zeus, die jetzt ja auch released wird. Ja, das waren recht umfassende Updates und es zeigt sich einmal mehr, dass das Star Citizen-Team unermüdlich daran arbeitet, das Spieluniversum noch lebendiger und spannender zu gestalten. Die Fortschritte im September 2024 machen deutlich, dass Spieler sowohl neue als auch erfahrene sich auf viele aufregende Entwicklungen im kommenden Alpha-Patch Alpha 4.0 freuen können. Seien wir also gespannt darauf, was uns auf der CitizenCon in knapp drei Wochen vorgestellt wird und wie es mit der Entwicklung des Server-Mashings und dann auch dem geplanten Release von Alpha 4.0 weitergeht. Ich halte euch hier auf dem Laufenden auf diesem Kanal, freue mich über euren Like, Abo, Kommentar für den Algorithmus und dann wünsche ich euch auf diesem Wege ein wunderbares, hoffentlich langes Brückentagswochenende. Alles Gute bis dahin. Tschüss, sagt euer Astro. 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 Untertitelung des ZDF, 2020